Nach einem Messerangriff auf einen Kindertanzkurs in Southport im Nordwesten Englands sind zwei Kinder getötet worden. Eine Neunjährige erlag nun ebenfalls den Verletzungen. Acht Kinder und zwei Erwachsene wurden verletzt. Die beiden Erwachsenen und fünf der Kinder befinden sich in einem kritischen Zustand. Ein 17-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf Mord und versuchten Mordes festgenommen. Er ist nicht vorbestraft, so die Polizei. Das Motiv ist noch unklar.